Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 54 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.280 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit.